hallo meiner ins gefängnis einbrechenden schreier hervorrufer und herzlichen willkommen zurück zum weiteren leibisch flauschen grünschen hier bei seven days to die im gefängnis und walking dead würde ich ja fast sagen also sieht schon so ähnlich aus ich weiß nicht wie das angefangen das aussieht müssten wir dann mal zum vergleich uns angucken gucken wir mal den zubringer bus an wir gucken wir jetzt ein bisschen rein ich muss noch ist immer noch hintereinander zu der folge von gestern und dann muss ich mich erst mal noch so ein bisschen akklimatisieren ja genau ist ja noch eine kiste gewesen mit dem galgen hier finde ich auch komisch ist es noch in einigen staaten hast du immer noch die todesstrafe und 100 pro wahrscheinlich auch per galgen die dinge bringe ich auch immer eine ganz gute sachen ja am ende der folge hat man ja noch mal glück gehabt da haben wir ja noch mal schön ein schreier noch mal abbekommen eine schreierin für mich sind sowas und dombus und da gibt es für mich nicht noch mehr ein geschlecht nur in dem sinne weil diese böse alle böse wo ich sowas mag ich mag trotzdem die sowas sie sind trotzdem einfacher zu deuten die wollen mich fressen wollen mich töten daher weiß ich was ich machen muss mit menschen ist das immer ein bisschen schwieriger ich glaube auch in der roger ist ja auch die höchste gefahr nicht der som an sich also klar ja doch ist schon heftig und besonders viele aber ich glaube der mensch an sich macht gefahr macht es auch nur dass die soms deswegen so gefährlich sind ja guck mal das liegt noch alles da wir müssen das gebiet säubern denn ich glaube hier drinne kommt noch eine ganz heftige sache ja ich habe ja gewusst dass da hinten noch mal irgendwo was liegt aber dass dann gleich so eine masse herauskam das war ja schon wieder genüsslich so pass mal auf genau 25 prozent und ich kann nicht betäubt werden den nehmen wir uns mit wir gehen voll auf die defensive insbesondere weil wir diese gebäude ja diese gebäude sollen auch noch auf der nächsten stufe gemacht werden und dann wird sie richtig übel dann nehme ich aber eine ganze tasche mit mit munition also dass die ganze tasche voller munition sage ich euch ja dann können wir wieder neue waffen bauen das ist schon mal eine ganz gute sache okay ich habe jetzt nur gar keine ahnung wo ich hier noch wirklich hin rennen könnte ok gut oder machen wir das immer so gut dass er uns nicht gleich entdeckt hat das heißt die sind dann sind da noch drin oder was voller die waldfee was für ein anfang gleich wieder er ist nur wieder zu durch zu springen war und der andere der andere ist im knast ursprünglich hier wo 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 Ok, die nächste Tür, zup, hu 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 hu, ihr habt doch nen Hack weg ey. Holy Macaroli, wer packt denn sowas da rein? Oh, du bist ja amüsant. Bewegt er sich wenigstens. Komm, mach den mal da weg. Holy Macaroli. Was ist denn mit euch los? Ich hab noch nicht mal die Welle komplett abgearbeitet. Oh gut, für nen Fünfer war es ja eh bis jetzt noch ganz ruhig. Hey, ihr wollt mich doch wirklich ratzen hier ey. Also hei, der da ist. Du bist aber nicht der, der voll... Du hast auch komisch, wa? Mal rennst du? So, damit bist du auch erstmal erledigt. Darf ich jetzt reinkommen, ohne dass mir hier die nächste Welle an den Arsch bringt? Das war ja gemein. Das war ja gemein. Ich konnte ja auch gar nichts anders machen, als das so... Ich guck mal hier kurz rein. Was war denn das? So viele Kipps da gar nicht in dem Gefängnis. Boah, so ein Sträflingsding wäre auch noch cool. Kann man so alles mitnehmen? Den mitnehmen und den mitnehmen? Ach du heiliger. Ach du heiliger. Ach du heiliger. Ach du heiliger. Ei, der da ist. Ei, der da ist. Mal den hier erstmal zumachen und den hier erstmal auch ein bisschen zumachen. Das war übrigens der Raum, den wir von außen schon gesehen haben. 18 Uhr sind wir schon, meine Freunde. Ach du heiliger ey. Oh. Das hast du dir beide sowas von verdient, meine Kleine. Ein blaues Färbchen. Irgendwas, was wir nicht gefärbt haben. Eigentlich sind wir alles gefärbt, ne? Ne, du bist noch nicht gefärbt. Sehr schön. Dann haben wir da eine Färbung für dich. Verändern. Du bist jetzt blau. Und lass mich raten. Wir sind noch nicht fertig, weil da unten wird gleich nochmal eine ganze Aas vollkommen. Okay. Die waren alle hier drinnen. Oh, Dietrich. Das ist ne gute Teiche. 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 Oh lad, wie weit wir. Gott und Meter. Wäre jetzt gerade richtig aus... Ich bin jetzt wirklich mal so aus der Puste. Kennt ihr das dann? Wenn ihr wirklich was... Ihr habt zwar jetzt nicht das wirklich gearbeitet, aber das war jetzt gerade wieder so ein Ansturm. Oh, den kannst du dir gönnen. Den kannst du zerstören und den nimmst du mit. So komm, wir bringen mal alles ein bisschen weg. Aber weißt du, was wir machen? Wir nehmen jetzt den hier. Und ballern uns hier mal ganz kurz durch. Dann müssen wir aber den da auch noch wegballern. Und dann sind wir draußen und dann können wir unsere Sachen erstmal ins Fahrzeug wieder legen, weil es noch reinpasst. Und ich glaube, dass wir jetzt langsam zur Endwelle kommen, meine Freunde. Ich glaube, dass wir jetzt langsam zur Endwelle kommen. Aber langsam wäre es auch gut, weil wir auch jetzt schon Richtung Nacht gehen. Und in der Nacht wollte ich mich jetzt eigentlich nicht noch aufhalten. So, was kannst du denn hier noch so ein bisschen reinpacken? Oh, das ist gut. Das läuft gut. Ja, ja. Den kannst du noch mal zerstören. Und dann haben wir eigentlich alles so weit reingepackt, was geht. Ja, 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 ja. Ja, finde ich gut. So. Puh. Ja, na los. Los geht's, meine Freunde. Denn wir müssen wahrscheinlich jetzt in den Keller und dann müssen wir gucken, dass wir die schaffen vom Keller. Ja. Das ist doch nur so Mist. Warum muss man einen Keller bauen hier? Hm. Warum muss man dann einen Keller hier bauen? Warum? Ich verstehe es nicht. Aber hier ist es fertig, ne? Hallo? Ist da wer? Hallo? 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 Weißt du was? Am besten immer die Türen zu machen. Wenn die Türen zu sind, dann kannst du die sonst am besten wegballern. Hm. Wenn du mal wirklich so einen Arm hättest, was du so weit Dinge öffnen oder schließen könntest. Oh, das wäre toll. Puh. Okay. Hm. Dann weiter geht's. So. Dann stellen wir uns mal hier rein, machen wir uns hier das Ding hin und dann haben wir das. Was? Aber das ist nicht alles aus dem Keller. Das ist bestimmt wieder nur eine kleine Truppe. Und der nächste Rest, der kommt dann noch. Boah, es gibt jetzt auch nur die Treppe hier hoch, oder? Bin ich noch woanders hin? Aber da kommen sie. Grün. Schön, dass die lange. Wenn die schnell wieder auffallen. Ha, ha, ha. Eigentlich wäre das ideal, wenn du den noch hier so hinbringst. Okay. Hat jetzt nicht so geklappt, wie ich wollte. Warum springt der denn übereinander? Ach du Heiliger. Uiuiuiui. Meine Damen und Herren, es wird gleich weitergehen mit der Schnitzelung der Schnitzelungen. Wir müssen auch gucken, wie weit ist denn das Ding hier runter? Und kann ich da irgendwas machen und es reparieren? What the hell? Was brauche ich dafür? Haha. Ahem. Ahem. Nein, danke. So. Dann... Warte mal. Wäre jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt, das mal wegzufuttern. und den genüsslich zu trinken, damit wir gleich schneller sind. Woher auch immer ihr mich jetzt gerade gespürt habt. So. Da kommt schon der Erste. Was machst du denn da? Das ist schön. Nach und nach machen wir hier einfach mal sauber. Dumm. Ich liebe dich so. Du bist so toll. Du machst einen super Job. Oh ja. Brauchen wir. So pass mal auf. Müssen wir wieder nachladen. Das Gute ist, dadurch sparen wir jetzt gerade guten Munition, weil wir jetzt auch keine zu große Welle haben. Was ich jetzt gucken wollte, eigentlich war doch, kann ich den nicht so ein bisschen aufsetzen? Genau. Und dann kann der doch hier die immer schön wegballern. Das ist doch mal nicht alles. Und die nächste Bagage. Und die nächste Bagage. Und die nächste Bagage. Und die nächste Bagage. Sind nur drei. Aber ich versuche jetzt einfach, dass wir uns jetzt hier warten. Jetzt kommt nämlich der von dort. Macht er den schon mal platt. Und ich muss mir nichts machen. Die könnten wir jetzt zwar ausschalten damit, aber wir haben ja jetzt schon wirklich viel Munition. Aber wie viele Doms habt ihr denn da unten drinnen, Mann? Ich glaube, dass wir bald wieder neue Munition brauchen. Was wir machen könnten, wäre hier rein, das zu und dann hier. Dann stehst du zwar hier voll drinnen, aber gut, Waffen hast du ja dennoch da. Ich trau mich da gar nicht richtig runter, weil immer wenn ich wieder runtergehe, kommt wieder irgendwie ein bisschen was raus. Und ich weiß gar nicht, woher die kommen. Okay. Dann habe ich die jetzt aufgemacht oder habe ich die zugelassen? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, ich habe sie geschafft noch aufzumachen. Ja, sehr gut. Dann kommen sie erst mal raus. Manche rennen dann auch wieder richtig schnell, wa? Manche laufen gegen die Wände. Wir sind gut aufgestellt. Richtig schöne Kombi. Das ist wirklich ja so ein ARP-Carding-Kombi gerade. Aber nur in der Masse jetzt. Also wenn die wirklich so höhe ab höhe kommen. Ist du leer oder siehst du den gerade nicht? Ah, okay, doch. Hast du doch noch gesehen. Ich wollte schon ins Reichen. Das wäre jetzt natürlich ein schönes Fiaske. Ach, mein Hübscher. Du machst das so toll. Ich muss sagen, wir könnten auch Doppelkombi machen mit zwei von denen, dass du von beiden Seiten die ballerst. Aber ich mag das, wenn du jetzt solche Möglichkeiten hast, dass du dann dich da hinstellst und dann ballert der den Halter die ganze Zeit hin. Die ballern jetzt gerade mal da herum. Könnt ihr mir jetzt anzeigen, wie viel ich hier noch drinne mache? Den müssen wir als erstes machen. Der muss als erstes weg. Der ist glaube ich tot, oder? Den musste ich jetzt mal machen. Ging jetzt nicht anders. Er steht immer noch nicht da, wie viele, wohin noch welche sind. Ich sag mal, wie versorgt ist denn der untere Bereich? Habt ihr da alle so ein bisschen gestellt? Habt ihr am Anfang so gedacht, ja, ja, hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen und dann. Wie viel ist denn das dann, wenn das Ding hier aufgewertet ist auf Stufe 6, man? Ist das ein Domb? Da hinten geht es doch noch. Aber weiter. Wenn du vor einer Tür stehst, guckst und auf einmal alles nur noch rot ist. Das Schöne ist, der steht so richtig gut. Der schubst die immer von der Tür weg, wodurch die nicht drankommen. Das finde ich toll irgendwie grad. Stell dir mal vor, was richtig übel wäre, wenn du selbst, wenn draußen auf einmal überall grüne rumlaufen würden. Stell dir das mal vor, dass draußen nur noch grüne Zombos rumlaufen. Boah, wär das übel. Oh, guck mal, wir haben uns schon gut leer geschossen. Ich muss also jetzt Blei wirklich farmen. Ist dann sozusagen die Nachtmission. Wo kamst denn du jetzt? Wo kamst denn ihr jetzt eigentlich her? Ihr kommt jetzt da her, ja? Oh nein. Warte mal. Ich höre sie. Wo ist sie? So, nun machen wir mal heute mit so einem kleinen Cut da drinnen, dass ich die Nacht überspringe und dann am nächsten Tag mit euch das weitermache. Damit habe ich heute nicht das Problem. Wo denn? Wo ist sie denn? Ich sehe die auch nicht, ne? Oh, warte mal. Hier ist irgendwas gewesen. Hä? Ich sehe hier niemanden. Ich habe sie nur kurz gehört, aber ich habe sie nicht gesehen. gesagt, ja. Oh, warte mal. Oh. 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 nein noch eine oder was ich kann jetzt schon sagen das wird mein tod jetzt werden wir hängen wir schon drin acht du heilige und noch eine und noch eine was ist denn das ja meine freunde willkommen hierbei ach du heiliger jetzt wird übel ja 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 gleich abfertigungsanlage hast du heilige ich hab gleich den hack weg unten hängt noch was rum aber das warten wir jetzt mal ab ob der reinkommt oder nicht rein kommt kommt die ich sehe die nicht ich bin der meinung der schreierin sollte keine schreier hervorrufen das ist meine meinung so war es das jetzt endlich okay ach du heilige so meine freunde ich werde die nacht gleich einmal durchlatschen lassen ich werde mich irgendwo mal auf dem turm verdüseln und werde mich da ganz in ruhe hinsetzen irgendwo hängen noch welche ich guck dir jetzt mal das gefängnis schon an von außen überall reinge rips drin jetzt schüttelt aber wir haben aber richtig glück gehabt mit dem helm dies meiner ist jetzt gar nicht so schlecht so dass wir gehen noch mal rein müsste im hof sein irgendwo im hof ball hat mir irgendeiner herum und dann packe ich mich aufs türmler halt die füße meiner nacht still kommst du jetzt her oh ja sehr gut also würde ich sagen ich nehme mir diesen turm hier heute nacht um hier noch mal ein paar klötze vor jetzt mich jetzt hier oben hin mach man jens ruhigen und werde einfach gleich mal einen cut machen ist zum ersten mal dass ich ja wirklich mal einen cut mache aber ich werde danach bestimmt hier nicht mehr herum kämpfen mir dann noch mal eine schreierin holen zumal wir auch die heat map ein bisschen runter kriegen und dann kann ich mich hier zum bleistoff mal um unseren neuen helm kümmern guck mal wir haben jetzt einen schönen neuen helm der sieht wesentlich besser aus wir haben damit bessere rüstung mehr haltbarkeit und explosionswiderstand was natürlich gut ist die modde ich mir jetzt um dann haben wir neuen helm und ja ich warte jetzt hier einfach bis wir durch sind und dann sehen wir uns gleich in der nächsten sind wir uns am tag dann wieder wenn es dann heißt vier uhr bing 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 und ich mache mir mal ganz ganz gechillten also bis gleich so dann holen wir euch mal wieder dazu in drei minuten ist dann durch ich habe mich am ende vergleich die nacht nur hier gewartet nichts weiter besonders gemacht doch ich habe hier in sommer weggekält da war so ein sommer von den ehemaligen spinnen den hatte ich jetzt noch mal ganz fix beiseite gemacht ich würde sagen wir noch mal ganz kurz raus irgendwo hatte ich noch mal ein sommer gehört und dann würde ich uns noch mal eine mahlzeit können und dann müssen wir gucken dass wir den keller jetzt freiräumen können also ich glaube man muss gucken ich glaube man kann unseren geschütztürmen glaube ich später auch eine schalldämpfer geben was das sagt ja ein habe ich in der nacht noch gehört gab einen hatte ich in der nacht noch gehört gab ich wusste nur nicht wo der ist hatte mir aber auch vorgenommen nicht raus zu gehen das war für mich wichtig also ich wollte nicht rausgehen war schon ganz wichtiger faktor also form kopie stellung kopieren machen wir den mal da rein da rein da rein und dann machen wir den mal hier rein und daran so genau das hat er sich jetzt wahrscheinlich durch das als der explodiert das hat er hier eine menge schaden verursacht hatte haben auch schon gut gekloppt das nicht vergessen dass sie da auch schon wieder eine ganze menge weg gekloppt hatten so gut dann wollen wir das so so den noch mal aufladen der hat jetzt noch mal ein paar schuss verballert so gut dann werden wir jetzt gleich den unteren bereich auch noch frei räumen ich wollte das nur noch mal ganz kurz zu unserem fahrzeug gehen kurz mal gucken aber noch mal irgendwie was klar machen können und dann müssen wir da wieder in den keller rein jetzt wird sich dass diese stampfen auch hier in den im gebäude ist das müsste man vielleicht dass ich das noch hoffentlich irgendwann mal anpassen so in den nächsten feinheit zügen erstmal die richtung der soms ein bisschen mehr erfassen kann weil die da nicht immer sich schon zigtausend mal und sie hörst und so und dass du dass du sonst besser hörst und dass du hier wie diese schritten und sowas alles da nicht so heftig ist so guck mal das sind glaube ich schon wieder 300 minimum 300 ein bisschen mehr sogar fast 400 patronen hülsen die wir wieder bekommen haben das ist das gute das können wir dann auch dafür können wir das nicht nutzen weil messing hatten wir immer am wenigsten deswegen kann ich das da am ersten verbräten aber ich bin jetzt so außen lang gegangen werden aber hier lang gehen können ja ok meine freunde die letzten züge ja ich muss mal wieder lichter machen über sie voll cool aus hier ist ja so der leichter ding das war der leichte so warte mal ich wollte euch zeigen hier guck mal sieht voll cool aus mit diesem militärhelm oben drauf wir sind übrigens gerade schon ganz gut ausgerüstet wir haben ja schon alles militär wir müssen nur die beiden sachen noch austauschen und dann haben wir ja schon militär 2 5 1 4 2 1 so sieht es eigentlich bis jetzt aus so warte mal ich nehme mich trotzdem wieder hierhin werde jetzt ein bisschen mehr mitschießen und ich packe ich wieder hierhin so müssen wir leider doch noch mal runter das ist wo ich nämlich am meisten ängst noch davor habe guck mal den kannst du dir was zu bauen hier haben wir jetzt alle raus die sind dann hier rausgeplubbelt da rein dann ist das allerletzte da hinten war nee da ist es nicht ach du heilige ach du heilige ach du heilige tür ist mit zu tür ist mit zu da kommt jetzt eine ganze armada noch und hier muss man zur not noch mal ein ding da zurück schrecken ich weiß noch nicht ob ich dich ne warte mal ich packe dich mal weg die kommen jetzt ja genau ich mach das jetzt so weil ich jetzt nicht noch mal eine schreie renne weil wir sind immer noch in derselben session drinnen übrigens deswegen würde ich mir jetzt erst mal ein bisschen verklemmen weil der verprügelt den er ins juta jetzt ist es schön jetzt kommt nur noch ein bisschen was so er bitte lasst es die letzte sein ich will nicht mehr was da ist noch was noch ach du heilige ich wollte mich doch jetzt wirklich rollen langsam oder das ist doch das ist doch jetzt eine totale verdödelung oder ach du heilige das ist doch totale verdödelung wo soll das noch hinführen ist noch dreimal nach oben latschen ja noch dreimal nach oben ihr wollt mich doch rollen wir haben schon so viel verballert na gut aber auch nur man muss sich darum sagen wir haben so viel verballert weil die 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 schreierin kam das war nur einmal das ich hatte gedacht dass wir mehr jetzt davon egal wir müssen also echt eine ganze menge wieder herstellen an munition also das nächste fünfer nächsten fünfer lassen wir noch eine weile gehen wenn wir jetzt nicht so schnell betreten den nächsten fünfer den hatte ich schon einmal jetzt da gehabt denn der munitionsverbrauch ist extrem zumal wir erstmal für alle sachen ach du heilige hier sind aber erstmal noch räumlichkeiten okay warte mal die werde ich mir jetzt hier gleich nur mal herausziehen mann habe ich einen guten fahr ich glaube ich habe alles geholt ich habe uns jetzt das alles zugemacht die können jetzt nur dadurch kommen ich nur am gucken wo sie dann kommen wir haben jetzt beide seiten zu und zur not können wir noch in eine zelle zurückziehen aber ganz kurz weil es gerade spannend dass man auch mal ganz kurz die pause dann wollen wir weitermachen na guck mal da kommen sie ja auch schon die ersten das ist jetzt aber eher entspannter die mutter als grün und er hat gekürtet das war ja natürlich genial also das klappt gerade richtig gute bei dem gefängnis ich hab dir richtig gut bei dem gefängnis jetzt die tür ist durch mist mist die tür ist durch wenn irgendwo noch zwei herum die frage ist nur wo wenn die weg sind dann müssten wir eigentlich clear sein weil ich glaube das war jetzt alles schön dass ich mich da auf die tür konzentriert habe ich hätte da noch was hinstellen sollen das wäre besser gewesen wo sind die eigentlich lang gelaufen dadurch war da hätten wir mal das besser machen müssen so sehr gut haben wir alle nicht meine freunde wir sind durch ja hat nur eine ganze munition gekostet weil wir doch ich sag mal ganz ehrlich ohne den schreier angriff wer sind lockerer gelaufen ja also ohne schreier ohne schreier hätten wir eine ganz easy cheesy kiste machen können aber da das nun mal leider nicht so ist dann auch die schreier nun mal hervorrufen kannst müssen wir uns mit dem leider noch mal abfinden und wir haben dann halt das pech gehabt so oder man könnte jetzt stehen noch mal gern ich muss mir mal echt jetzt dann wieder neues mineralwasser machen zeug habe ich genug da und das mache ich dann auch den rest hatten wir ja alles schon genau den haben wir auch das hatten wir auch hier hatten wir auch alles da hatten wir auch alles jetzt gehen wir mal hier unten weitermachen hier unten haben wir auch noch einiges und dann geht es ja den weg nach oben und da hatten wir ja auch noch eine ganze menge sombo bombos geknallt herausgeholt das hätte wieder falsch angewandt ach ja mann was war das jetzt das war jetzt ein gebäude sage ich euch voller die waldfee also das war jetzt schon übel denn die üble kiste zerlegen die sollte mitnehmen nicht zerlegen ich wollte jetzt gerade die den stoff nochmal zum stoff zerlegen und puffermangel kannst du mitnehmen barren haben wir noch da hier hat man jetzt durchgeguckt hier war jetzt glaube ich auch nicht mehr viel ja sehr gut so dann machen wir das hier mal zu und dann gehen wir nach oben ich hoffe die haben noch was vom loot übrig gelassen weil ich bin einfach abgehauen das sage ich ganz ehrlich wie es ist also da hole ich lieber ab und da warte ich nicht bis dann noch mehr kommt da oben weiß ich nicht ob ich das geschafft hätte aber ich bin ganz ehrlich man darf nicht vergessen die hauen schon gut rein ich habe jetzt schon gut gespielt dass wir nicht zu viel abbekommen dürften aber ihr kennt das selber eigentlich ja oder wie gesagt hätte hätte fahrradkette ne wo kommt ihr denn jetzt alle her also ihr kommt jetzt hier und hier ach du heilig wir haben mit einem one pull alles hier mit raus gepult wow das ist natürlich crazy ja große loot auge jetzt ne bin ich mal gespannt ob es eine große loot auge ist oder ob wir hier so ein naja loot bekommen also das ist schon mal gut das deckt auf das haben wir schon hier haben wir noch mal munition zum einschmelzen hauptsächlich leider weil nichts besseres da ist aber immerhin haben wir ja schon riesengroßes gebäude was darf ich das meinen das ist ja eigentlich ein riesengroßes gebäude jetzt oh ja den kannst du nehmen den kannst du dir zerstören oder mal da habe ich jetzt schon drin dann kannst du den hier eigentlich verändern dann machst du den da rein hat er noch einen höheren wert dann kannst du den auch mal gleich nähe das da machen genau was ist darauf okay dann brauche ich die axt jetzt bin ich gespannt so der händler hat auch offen das eigentlich ein ganz guter abgang jetzt und wir sind auch hier durchgekommen wir haben damit noch das gebiet zu ende machen dann können wir in der nächsten folge ganz gut schnell nochmal anfangen neue munitionen holen ich weiß jetzt noch nicht ob da gleich noch mal ein fünfer machen weil ich könnte mir vorstellen es könnte zu gefährlich werden ich bin noch gespannt was wir da machen vielleicht noch mal eine normale farben fahrrunde etc so jetzt hast du das daran jetzt ist leer was hast du hier noch toll aber hat noch gepasst okay gut dann hast du hier noch den fist und hast du das das haben wir hier drin vorne okay das kannst du dir jetzt einfach mal gönnen das gönnst du dir einfach mal einen platz können wir machen wenn wir die hierzu klebeband verarbeiten so ja da würde ich sagen machen wir mal kiste auf oh gott ey das war ja jetzt aber irgendwie wie das auch in wellen hier immer kam immer mehr aber mehr ich habe mir gefragt wo hat er denn die alle da versteckt aber das ist ja ein riesen keller da unten noch aber gut wir haben es durch da bin ich jetzt gespannt also geld haben wir auf jeden fall hier haben wir noch mal ein bisschen tactical das hier ist noch ganz gut wegen dem tool das ist eine vollautomatik mod das können wir hier erstmal so jetzt haben wir noch mal ein dart fallen paket okay jetzt müssen wir aussondieren also das schmeiße ich raus nehme ich auf jeden fall das mit das beides behalten weil ich daraus was machen kann er bringt immer noch 103 die brauchen wir eigentlich aber die können wir noch mal farmen der hier würde mir jetzt nicht mehr so viel bringen aber guck mal den könnte man das was wir gehen trotzdem mal ganz kurz retour zum motorrad und wir gucken mal ob wir da nicht noch irgendwas hinlegen können ich würde jetzt auch mal gerne hier ganz kurz gucken wo kamen die denn alle hier her ach du heiliger das ganze dach war hier voll ne hier ist schon heftig dann würde ich sagen ballern wir uns hier gleich hoch wir legen noch mal ein bisschen was rein und dann haben wir nämlich wirklich schön alles abgearbeitet siehst du jetzt haben wir noch mal schön platz dann können wir uns den rest nämlich auch noch mitnehmen so das gefängnis ist schon cool aber dafür brauchst du wirklich sowas wäre cool wenn du mit so npcs das wirklich spielen kannst wo du dann sagst wache 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 und alles deine näher kommen dann keine sonst mehr zum bleistift wenn du dir wirklich überall wachposten hinsetzen kannst das wäre schon genial sag mal so lol ha geheimraum gefunden meine freunde den geheimraum gefunden tut mir leid mir dich mein kleiner du hast das glaube dann nicht mehr so geschafft ist ja geil mitnehmen 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 und dann haben wir hier noch eine siegelte versandkiste ich bin gespannt was da drin ist die bücherkiste wäre jetzt cool richtig schön viele bücher naja gut ein buch wenigstens guck mal wie weit wir jetzt mit den traps mittlerweile sind so dann jetzt wieder rein schön punk war trotzdem eine richtig entspannter runde irgendwie die lamration gegen das und leder habe ich erstmal raus gegen die automatik mod genau sehr schön die war jetzt auch glaube ich gar nichts mehr weiter gewesen dann würde ich sagen wir gehen zum motorrad fahren zum händler und dann fahren wir nochmal richtung heimat zurück dass wir das alles entladen können und dann ja genau das machen wir dann müssen wir gucken was wir nächste folge machen oder ob ich vielleicht mal einen tag jetzt dazwischen lasse um nochmal einfach ein material zu farmen und dann waffen und munition also munition hauptsächlich zu bauen wäre eigentlich eine ideale sache wenn ich jetzt mal munition ansetzen würde also ich würde dann losgehen würde auf 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 würde kohle und nitrat dann mal ganz kurz auf farmen gehen so 6000 von jedem das ist eigentlich gar nicht schlecht und wenn ich das dann habe könnten wir weißt du was denn nehme ich jetzt mit so den hast du verdient mein freund hast mich letztes mal gejagt oder was du das ups ob ich die falsche nur mehr fahren ach verdammt so ist es halt wenn man auch mal das gesetz komplett in die eigene hand nimmt wenn du nicht zu 100% sicher bist ja ja dann fährst du den falschen um aber war jetzt auch eigentlich cool so zwei heftige folgen im endeffekt auch nur nur so heftig weil wir diese horde am ende noch hatten dann mache ich das jetzt trotzdem gut wo ich jetzt lang fahre ja sogar richtig genau da hole ich ein bisschen kohle holen bis nitrat hole blei aber weißt du was ich endlich hoffe dass wir den schalli bauen können der schalli der wäre richtig wichtig weil ich müsste noch mehr bauen damit ich zwei waffen mit schalli habe und ich müsste gucken ob ich den geschützle auch mit schalli machen kann wenn das geschützle auch noch mit schalli ist boah ich sag mal ihr wollt mich doch alle rollen hier langsam oder hallöchen bärschi wenn du die geschützle nämlich auch noch mit schalli hast weil dann glaube ich rufen wir auch nicht mehr so einfach die schreierin das ist schon übel du musst dann fünfmal schießen ohne ende und ohne schalldämpfer kannst du es knicken weil du ruft dir jedes mal ja einen holla die weltwehe jedes mal dir eine schreierin rein das ist dann gemein wenn du so zigtausend schreierinnen hast ey das bringst du auch nicht und ich würde schon gerne weiter mit unserem schönen schützle türmchen arbeiten weil der macht wirklich top arbeiten also in solchen bereichen stellst du hin und du hast da gar keine probleme bei überhaupt nicht so wir halten mal jetzt hier hatten wir nicht schon eigentlich schon eine kiste ja genau wir hatten schon mal eine kiste jetzt dabei gehabt aber guck mal hat wir ja noch ein bisschen gepasst die würde ich gerne verkaufen verkaufen verhalten machen wir den noch mal ein bisschen besser oder nicht warte mal was hat denn der jetzt da eigentlich wie viele slots hast du er hat eine höhere ausdauerkosten der hat 21,4 und der hat 25,2 aber die ausdauerkosten sind geringer und da muss ich jetzt eh nichts mehr weiterverkaufen warte mal rein gucken wie viele slots hast du jetzt da verändern du hast jetzt von vornherein 3 verändern du hast von vornherein nur 2 ok dann verändern dann jetzt das beides da rein sehr schön so wir können uns jetzt 2 loot aussuchen aber warte mal warte mal 2 loot ja aber oder habe ich auch noch Schmerztableten drin 2 loot ja aber ich kriege noch Geld so könnte ihn auch einfach mal mitnehmen dann habe ich das ja gleich gehabt so erste fünfer ready meine freunde haben wir geschafft jetzt müssen wir fünf fünfer machen damit wir dann nämlich auf die sechser kommen ne sieben fünfer ach keine ahnung ach Mist das ist der falsche Swathelm ist schwere Rüstung der gefällt mir nicht ganz so ich bleib bei meinem dann mache ich dir den und dann nehme ich dir den so irgendwelche darf ich dann Inventar sehen so so ähm was dann noch ein bisschen was zu essen 6% fassen pass mal auf wir machen mal ganz kurz den da dann kriegst du von mir den den und den den sozusagen eher geschenkt das Ding jetzt die Eisenscharfe kriegst du jetzt auch eher so dann kriegst du die von mir die von mir äh für 900 den noch äh den nur für 103 ist jetzt auch egal weil ich jetzt da nicht mehr investieren wollte und ah genau das Geld auch noch dann hast du jetzt schon wieder eine Menge Geld reingenommen ich glaube 7200 haben wir jetzt damit nochmal eingenommen und jetzt war das die Frage Elektrozaunpfosten ja nein vielleicht ja nein vielleicht jetzt so die Frage die Frage der Fragen der Fragen wann hast du Reset morgen ist Reset eigentlich wäre das doch ideal wenn wir den morgentag nochmal ah Mist eine Firma wollte ich jetzt hier eigentlich nicht machen es wäre eigentlich gut wenn wir sagen ja Luftabwurf den habe ich noch nicht geholt da müsste ich auch nochmal hin was wäre das dann sinnvoll als wenn wir als nächstes jetzt angehen also nochmal eine Fünfer kannst du knicken ich könnte mit euch die Schatzkarte morgen machen und wir könnten ein bisschen noch erkunden genau morgen machen wir ein bisschen Erkundung ich werde jetzt den Tag nutzen farmen nächsten Tag erkunden und ähm dann auch nochmal Händler besuche und ein bisschen Erkunden halt einfach weil ich würde gern dass wir alles fertig kriegen wir werden jetzt öfter immer diese Händler Dinger machen bleibt uns aber auch nichts anderes übrig haben wir jetzt dafür aber auch zwei schöne Folgen wo wir einfach mal wirklich abgearbeitet haben so was haben wir hier noch drin Riffle World sehr gut Jagdgewehrqualität 5 so die haben wir und hier fehlen noch zwei Bücher dann haben wir das letzte Gewehrchen freigeschaltet so dann fahre ich mit euch jetzt noch Richtung Heimat und dann packen wir mal die die drei Kisten aus zwei Kisten gucken wir mal gleich dann haben wir halt sozusagen die Folge da die zweite Folge da beendet wo wir die erste begonnen haben und war ja auch schon eine ganz schöne Geschichte jetzt also haben wir auch zwei schöne lange Folgen jetzt wieder gehabt aber die Fünfer die wären ja auch schon und dann fange ich an äh Material zu suchen werde dann Pulver dann äh Schießpulver daraus machen äh Blei dann da noch weiter herauspulen weil wir den Berg hier eh noch den äh Dings aufbauen wollten machen wir dann auch noch mit ein bisschen Holz werde ich auch noch herankacheln dann müssten wir auf jeden Fall nochmal ein Level kriegen so ein Level müssten wir noch zusammen kriegen dann müssen wir hier auf jeden Fall die Fallen nochmal erweitern genau ich könnte mal ein paar Sachen machen für Fallen Klingfallen könnte ich ein paar in Auftrag geben zwei, drei, vier Stück so und dass wir die Fallen weiter bei uns ausbauen können vorne und genau das wäre eigentlich ideal finde ich das wäre richtig ideal ja wenn wir da noch die Fallen so ein bisschen ausbauen und dann hätten wir da auch noch mal ein bisschen was was schön ist dann könnten wir nämlich für die Horde Nacht uns langsam vorbereiten und hoffen dass die Horde Nacht so funktioniert wie wir uns das vorgestellt haben wir haben es ist ja schon mal abgesichert da wo wir wollten wir haben es da schon mal abgesichert ja dann werden wir mal gucken bin hier spannend ey ich bin echt gespannt so Munition haben wir ja zum Glück wieder ein bisschen was gebaut aber wir haben auch dürfen wir nicht vergessen wir haben eine ganze Menge rausgekarrt ne aber ich bin immer noch der Meinung es wäre anders verlaufen wäre die Schreier nicht gekommen weil wir haben da glaube ich den meisten nochmal herausgeballert weil wir auch gucken mussten dass wir so schnell wie möglich die Schreierin wegarbeiten ich glaube das war jetzt auch so ein bisschen das Problem guck mal wie lange wir unterwegs waren dass das Ding schon wieder voll ist so nimm mal das so mit was geht dann kannst du mir das hier mitnehmen das bleibt drunter bleibt drunter bleibt drunter das hier 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 so dann sortieren wir mal noch zusammen schön ganz inmütig jetzt ein ne wir sind ja jetzt hier auch schon wieder ach guck dir das mal an und so viel Wasser ich muss mir echt hier wieder was machen das werde ich zur nächsten Runde dann mal wirklich wieder verarbeiten so rein da rein da aber hier rein da so sehr schön hier hast du bestimmt auch noch ein bisschen was rein da was haben wir hier noch rein da genau ja gut aber ist jetzt ja unser zeug ein bisschen zusammen hier das kannst du was was ist hier los guck mal was ich übrigens gebaut habe habe ich euch ja gar nicht gezeigt ne kann mich ja hier so ein bisschen hoch bewegen und dann sehe ich ja guck mal hier oben kann ich jetzt schon ein bisschen besser abarbeiten ich will erstmal so eine Zwischenlösung gemacht so ein mini Käfig der voll fest hier drauf sitzt hier ist alles mit Beton schon mal vorbereitet und dann können wir ja hier die ein bisschen weg arbeiten genau dann arbeiten wir so ein bisschen weg und dann haben wir hier nämlich die Möglichkeit das bisschen auszudünnen so was haben wir denn hier noch fein das zeig mal warum habe ich jetzt eigentlich das Geld mitgenommen das verstehe ich jetzt gerade nicht so so das nimmst du alles mit rein so eher ne genau schön sehr schön sehr schön sehr schön so dann gucken wir gleich die Kistchen wie versprochen noch als Abschluss gucken wir dann die Kistchen rein das habe ich euch versprochen das kommt dann auch noch so schöner ist ja lädt nach und du kannst reinladen ok so hier haben wir nochmal Munition 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 das kannst du dann nämlich alles schön einbröteln was sieht denn hier noch aus das da noch rein so das war genau hier ist jetzt gar nichts mehr drin das hatte ich auch noch umgestellt gehabt so dann kannst du mir hier die mal und dann gehe ich wie gesagt alles erfarmen hohlholz so dass wir einen großen Stack Holz haben das war einen großen Stack ähm oh level up haben wir sogar ein großes Stack äh Eisen dann und sowas alles das machen wir dann schon und Blei hole ich ja dann hier raus das kriegen wir dann schon so und jetzt wie versprochen Teinkampf Mods dann haben wir Sichtbereich Mod Kunststoffszene und das und was haben wir hier noch ach du heile so ne Dartfalle ne ja ich bin nicht so ein Fan von diesen Dartfall muss ich sagen denn die können nämlich auslösen das das der der Zerstörer dann kommt ne und wenn der Zerstörer kommt das ist dann auch immer doof na gut pack mal erstmal hier mit rein Mods haben wir hier mit drin das ärgert mich eher gerade dass das hier nehm mal den da raus pack mir mal den da rein dann packst du den da noch mit rein ne geht nicht ach du heile da ist alles voll hier na gut werden wir dann mal sehen den Rest mache ich dann wie gesagt offscreen ich werde dann wieder Munition und Co sammeln hier haben wir ja drinnen womp jetzt sind wir wieder ein bisschen ausgerüstet aber nur wir haben immer noch 1100 im Minus ja wir haben immer noch eine 1100 Minus Differenz nach diesem Gebäude das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen ja genau ich werde dann also ein bisschen was hier herumwerkeln werde Materialien farmen und dann werden wir von da auf beginnend ähm ja ich werde hier nochmal ein bisschen Eisen und sowas zusammen sammeln damit wir hier auch wieder weitermachen können wir mal einen stacken Eisen rennen oder zwei stacken Eisen gucken was ich hier auch noch aus der Mine herauskriege werde hier ein bisschen hoch pushen weil da oben hat sich ja auch schon wieder das nächste Ankredenz dass wir dann hier auch mal weiterkommen wir werden sehen wir werden sehen kommt Zeit kommt Rat ihr kennt das ja und damit war es das für heute ich bedanke mich fürs Zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen falls es euch gefallen hat könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen kommis immer was Feines und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder genau hier an Tag 34 dann holen wir die Schatzkarte also die Schatzkiste machen ein bisschen Erkundung ein bisschen Händler abklappern einen ganz lockeren Flockerigen weil wir uns dann auch so ein bisschen auf die Horde Nacht vorbereiten werden auch nochmal ein bisschen Horde Sachen anbereiten vorbereiten dass wir dann demnächst die Horde Nacht machen weil ich bin jetzt schon eher ein bisschen darauf gezielt ich muss auch erstmal die Munitionsproduktion ganz dick nach oben fördern weil man darf nicht vergessen sind nur 2.000 Schuss wenn ich jeweils 6.000 mache vielleicht mache ich auch mehr ich gucke mal was es kommt also ich gucke was kommt ich habe da noch keinen Plan wir könnten ja aber auch mal sagen weil wir haben ja hier Bergarbeiter Blockschaden erhöhen und was ist das hier 27% mehr Erz und Kokagi ja ich glaube wir wir könnten jetzt auch mal Darbidos investieren wir sind ja hier schon gut aufgestellt die Hauptskills haben wir schon mal und ein paar Points hier rein wäre ja jetzt nicht ganz so schlecht oder? ne wir halten uns erstmal daran das müsste ja trotzdem gut reichen wir haben ja schon 20% mehr und dann Heilfaktor würde ich ja doch Heilfaktor würde ich erstmal skimmen bevor ich den Stoffwechsel mache sehr schön dann wünsche ich noch einen angenehmen Tag Abend oder Morgen je nachdem was ich die Folge angeschaut habe und alles erdenklich Gute bis dahin Tschüss